Und ich möchte wenigstens ein, zwei stellvertretend an euch weiterstellen. Hier fragt jemand, eure Mutter, Barbara Ann, hat zu Weihnachten immer viel gebacken. Macht ihr das auch? Ja, also meine Frau backt. Ich guck mit. Du guckst zu. Ja, aber meine Frau, die macht tatsächlich diese, wie sagt man, kleine, ja, typisch deutsch, diese Plätzchen. Und das ist immer ein, es ist ein... Ist das nicht typisch deutsch? Doch, also in Irland gibt es sowas nicht. Gibt es nicht? Nein, wir haben, in Amerika gibt es Apopäe, ich mache das Tarte au Pomme aus Frankreich. Jedes Land hat seine eigene Tradition. Na siehste, und bei dir gibt es dann auch die Plätzchen. Ja, aber wir haben dieses Mal, apropos Bäckchen, Plätzchen, wie heißen die? Plätzchen. Apropos Plätzchen, wir haben diesmal das Kelly Family Logo als Plätzchenform in unsere neue CD reingepackt. Da gibt es auch noch Plätzchen daheim. Der Kelly Family Plätzchen. Lieber Joey, stimmt es, dass du jedes Jahr zu Weihnachten von deiner Frau Socken geschenkt bekommst? Nein, 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 das wollen wir, oder? Küste von deiner Frau. Oh, oh, da hast du viele Socken daheim. Ja, ich lauf ein bisschen und dann braucht man viele Socken. Ich hoffe, der Sockenverschleiß hier bei uns ist jetzt nicht zu groß. Ja, es ist bei uns ist da, da sind die Tür. Vielen Dank.